Dennis, herzlichen Glückwunsch. Du bist als 17. Pick von den Atlanta Hawks gewählt worden. Was hast du in dem Moment gedacht, als Commissioner Stern deinen Namen genannt hat? Es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl. Ich habe das meinem Vater versprochen. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Traum wahr geworden und ich freue mich auf jeden Fall sehr mit meiner Familie. Du hast hier im Kreise deiner Familie vor dem heimischen Fernseher, den wir im Hintergrund auch sehen, den Draft verfolgt. Wie war der Abend und wie steigend war dann auch deine Nervosität? Ich habe hier mit meiner Familie die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich meinen Namen höre. Ich war halt nicht so nervös, aber bis zum achten Pick und danach stieg auf jeden Fall die Nervosität. Irgendwann habe ich dann natürlich meinen Namen gehört. Und das Team Atlanta Hawks, was sagst du dazu? Bist du zufrieden? Ja, natürlich. Es ist eine sehr gute Situation für mich. Auch mit den guten Spielern zu spielen, mit Jeff Teague und Josh Smith. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Situation für mich. Wie geht es jetzt heute Nacht weiter? Wir haben vier Uhr morgens. Was geht noch in Braunschweig? Also ich werde auf jeden Fall jetzt rausgehen mit meinen Freunden und meiner Familie und dann mal schauen, was wir finden. Okay, viel Spaß dabei. Danke. Danke. Vielen Dank.